Der würde wahrscheinlich gar nicht wollen, wenn der so stark ist hier. Oh Gott, ich hab kein Gesicht. Ich hab gar nicht auf. Leicht pustig heute. Ich hoffe, man versteht mich. Alter Scheiß, wenn es so laut ist. Wir haben bestimmt mit Stärke 8 gerade. Locker, locker. Oh, das sieht so gefroren aus. Ist dir kalt? Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Danke.